Helaba at Work. Der Blick hinter die Kulissen. Wie wir arbeiten, was wir machen, was uns bewegt. Ich bin Annette Langne und bin sozusagen ein Urgestein der Helaba. Aber nicht nur das, sondern auch ein Eigengewächs. Ich habe 1987 die Lehre angefangen bei der Helaba. Derzeit bin ich tätig im Bereich Treasury und dort in der Einheit Produktmanagement, Vertriebsmanagement, Zertifikate. Das ist natürlich ein Markt, der in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist. Die Stückzahl der Emissionen ist wirklich enorm gestiegen und auch die Volumina und wir tragen damit mit dem Absatz bei den Sparkassen dazu bei, das Fundingvolumen der Helaba zu erreichen. In der Personalvertretung bin ich seit 2008. Aber ich bin ja da schon sehr früh vorher aktiv gewesen. Ich war in meiner Ausbildungszeit schon in der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Also ich bin schon immer eine, die möglichst überall mitreden möchte, soweit das eben möglich ist. Durch meine zweigeteilte Tätigkeit im Fachbereich und auch in der Personalvertretung freue ich mich natürlich, beide Seiten auch ein bisschen kennenzulernen. Die Arbeit im Fachbereich hilft mir natürlich auch in der Personalvertretung, um das, was den Kolleginnen und Kollegen im Fachbereich widerfährt oder was sie dort erleben, erlebe ich ja selber auch. Also aus Fachbereichssicht ist es so, dass wir natürlich mit unserer Einheit versuchen wollen, möglichst für alle Beteiligten in dem Geschäft Retail-Emissionen dazu zu bringen, dass sie einen Vorteil davon haben. Und das bezieht sich eben auf die Sparkassen natürlich, dann auf deren Kunden und auch für uns. Darüber hinaus sind natürlich die Aufgaben eines Personalrats ganz die klassischen. Also wir müssen Einstellungen zustimmen, wir stimmen Personalumsetzungen zu und das sind so die klassischen Aufgaben des örtlichen Personalrats. Im Gesamtpersonalrat, der standortübergreifend ist, sind unsere Hauptaufgaben unter anderem Verhandlungen zu führen, über bestimmte Themen, Dienstvereinbarungen auszuhandeln. Aber wir versuchen eben sowohl den Anforderungen der Helaba gerecht zu werden als Bank, als eben auch denen der Kolleginnen und Kollegen, sodass am Ende für alle das Beste dabei rauskommt. Also für mich bedeutet die Helaba, wie Sie ja schon in meinem beruflichen Werdegang sehen, Kontinuität, Stabilität und Seriosität. Und das sind Werte, aber ich merke immer deutlicher, dass diese alte Helaba sich wandelt. Es ist deutlich zu spüren, dass über den Wandel nicht mehr nur gesprochen wird, sondern dass sich tatsächlich etwas bewegt. Aber es ist deutlich zu merken, dass der absolute Wille da ist, hier etwas zu ändern. Und es macht mir wirklich große Freude meinen, wenn auch nur kleinen Teil dazu beizutragen, das Große und Ganze zum Erfolg zu führen. Vielen Dank. Vielen Dank.